Hier ist die Poolbar, da gibt es dann den ganzen Tag Essen, Trinken, Burger, was zu trinken. Hier seht ihr schön den Pool mit Überdachung. Hier ist das Hotel, das ist kein so großes Hotel für die anderen. Ich finde es eigentlich recht schön. Ganz tolle Poolarteschaft. Oben mit Strand und man hat hier hinten dann direkt den Zugang zum Strand. Und hier hinten läuft man dann Handtücher, gibt es hier direkt da. Gibt man einfach die Zimmernummer und dann bekommt man die Handtücher her. Und hier geht es dann direkt zum Strand.